Ich bin auch da zu. Du kannst zu machen ja. Die Geier verhalten sich philopatrisch, das heisst, sie kommen dorthin zurück zum Brüten, wo sie ausgeflogen sind, sei das ausgewildert oder wildgeschlüpft. Aber dieses Verhalten zum Zurückkommen ist bei den Barkerien doch sehr stark. Die sind aus dem Ei geschlüpft, die sind gross geworden. Aber als sie dann ausgeflogen sind, konnten die nicht fliegen, weil deren Federn nicht richtig ausgebildet waren. Nein. Börsen nicht nur die Zeit, sondern die Spiegel. Die sind aus dem Erdbeeren. Die sind für Sieg die bisserl im Bett, sondern nicht für Sieg. Untertitelung des ZDF, 2020